Die Öffentlichkeit blickt auf die tapferen Truppen des asiatischen Paktes, die die feigen Einheiten der internationalen Befreiungsgruppe unbarmherzig verfolgen und vernichten. Unser Präsident hat sich indessen bei seinen Generälen bedankt dafür, dass es in den schwer umkämpften Regionen nur geringe zivile Verluste gegeben hat. Die IBG hat sich wie aus Armeekreisen bekannt wurde in ihre letzte Festung zurückgezogen, also nur noch ein Schlag und in der Welt herrscht Frieden. Und um die IBG endgültig zu schlagen und vernichten zu können, hat der asiatische Pakt in der Zwischenzeit mit allen Staaten Europas ein offizielles Wirtschafts- und Militärbündnis geschlossen. Das war Sun Mei Ying aus unserem Redaktionsbüro. Oh oh. Bei Fischdorf an der Küste. Das Los des Drachen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Man kann sagen, was man will, aber ich finde die Sequenzen so gut gemacht immer. Wirklich cool gemacht. Dank ihrer großartigen Leistungen steht die IBG am Rande ihrer Vernichtung. Uns liegen Berichte vor, dass sie sich in eine Festung an der Küste zurückgezogen haben. Unglücklicherweise konnten wir die Eroberung eines Stützpunktes unserer Verbündeten durch die IBG nicht verhindern. Daher müssen wir nun beide Stützpunkte zerstören. Wir brauchen das Upgrade zum Gebäude einnehmen. Wir brauchen das Upgrade zum Gebäude einnehmen. Hier dürfte ja eigentlich nichts von der Seite kommen, hoffentlich. Wir sind die Rote Garde. Still gestanden. China war sehr großzügig. Na, guck mal. No oh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Erstmal so weit kommen. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. man muss schon mal den bunker brauche mehr raketenwerfer gettling upgrade und holen wir uns noch ein paar kleine panzer und reika du hast erstmal die spinnenweben aus dem schnellstmöglich ein webzentrum bauen damit wir unsere feinde besser orten können du hast erstmal die spinnenweben aus seinem hideout raus gewischt oder das event ist tatsächlich sogar noch aktiv aber ich weiß nicht wie realistisch das ist das fertig zu kriegen bis bis morgen um 10 das ist nicht ohne tatsächlich ich finde unmöglich es wird nicht wenig ja sind ja doch schon einige waits die man machen muss man auch ein bisschen glück haben muss mal gut dass ich dem einen overlord eine gärtling gewinnt habe englück ein sehr guter plan genossen general fertig genossen general so und da ist ein haku und da ist ein haku und da auch gut ach hey ist So ist es angeschlossen Warum wird das nicht gebaut da drüben Wieso kann ich das jetzt öfter aktivieren eigentlich? Ne Der ist voll der Bunker Der ist voll der Bunker Der Der Eigentlich würde ich erst noch ein bisschen Fokus auf Geld machen Glückwunsch General, Sie wurden befördert Nice Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Ich habe jetzt Dann noch eine Jetzt Wir finden eine Propaganda zentrale Kein Problem Ein sehr guter Plan Genossen Verteidiger des Friedens Ja General China war sehr großzügig Wir haben große Pläne So wie ich die Base-Set gerade baue habe ich leider keinen Platz für ein Flugfeld aktuell Ach du Grün 9 Ja ich praktik kann aber das ist die super war für den anderen Ja Weil ich noch ein bisschen doof finde normalerweise müsste die angezeigt werden Mh Mh Für die Ehre Chinas Für die Ehre Chinas Für die Ehre Chinas Mh 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 eigentlich wollte ich auch auf eine Atomakete sparen gerade, damit wir die erstmal haben, damit die schon mal da ist wenn ich die Hirnstille wird das für den echt schmackhafter drauf zu halten ja mal gucken für was er sich entscheidet mit der Partikelkanone bräuchte auf jeden fall noch eine zweite Atomakete zügig könnte man da eventuell ein bisschen was gegen machen lecker Kaffee es gibt immer einen Weg rein was haben sie für mich da wenigstens schon mal ein bisschen scouten ja oh was haben wir da schön was okay cool da kommt ein Sniper uncool Warnung Partikelkanone aktiviert holen wir sie uns Einheit verloren nicht meine Overlord No Schieß bitte in die Richtung Danke Einheit verloren Glückwunsch General Sie wurden befördert Emissionswerte stabil Helix klar zum Gefecht Wer sind Sie denn? Einheit verloren Was soll ich denn? Denen versauen wir den Tag An mir kommt keine Rakete vorbei Triangulation abgeschlossen Ich kann alles ablehnen Sie greifen uns auf Wafes an Was haben Sie für mich? Mit vollem Einsatz Was soll ich hängen? Okay, eine sind Augen für hier Helix klar zum Gefecht Von hier sehen Sie so klein aus Aua, Aua, Aua Aua, Aua, Aua Aua, Aua, Aua Ja, Batsch ist doch schon mit seiner nächsten Atom-Arketa Aber wenn die Overlords für ihn ein Ziel sind, was er mag Das ist auf jeden Fall Glückwunsch General Sie wurden befördert Danke Danke für die Beförderung Heute sehe ich von tricklos Q- gekla κα� Nemo Veräust Die Freiwilliger Die Freiwilligen Die Freiwilligen Nike R dynamics Eh�儿 D an Na Ich baue für China. Ziemlich baufällig. Es gibt immer einen Weg rein. Es gibt immer einen Weg rein. Eine Sekunde. Emissionswerte stabil. Geräuschpegel justiert. Was mich halt wie gesagt stört, dass ich nicht weiß, wo seine... Kein System ist von mir sicher. Wo steht seine... Partikelkanone. Wo? Was haben Sie für mich? Gut, das heißt wir werden auf jeden Fall die Helix defensiv einsetzen. Ich muss hier vorne aber auch wieder ein bisschen was hinstellen. Der Bunker ist bereit. Der Bunker ist bereit. Einheit verloren. Na wenigstens, muss ich ein bisschen was kaputt gegangen mit Melis scouten gehen. Ja, gleich. Gleich. Denen versauen wir den Tag. Die zwei stelle ich auf jeden Fall das mal defensiv in die Base. Für jeden Fall, dass hier wieder so ein... Ach, er schießt wieder mit seiner Partikelkanone. Ich hoffe, er schießt hier vorne auf die Einheiten. Das wäre mir definitiv lieber. Oh, ich bin gleich da. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Einheit verloren. Ah, der Helix weg. Er reißt halt die Ölplattform ab. Wie kann man so sein? Wie kann man nur so sein? China wird wachsen. Frequenzsender sind bereit. Ich kann alles lahmlegen. Die Frage wäre, ob Minen könnten uns hier natürlich auch helfen. Für jeden Fall, dass er wieder irgendwo rauskommt, ja. Mit seinem Schleichern drauf. So, hier steht schon mal kein... Wo ist die Partikelkanone? Ich hoffe das nicht. Wo? Lasst uns bauen. Sehr guter Klang, wir sind General. Hier ist nichts mehr zu holen. Emissionswerte stabil. Wo geht's zur Schlacht? Befehle werden ausgeführt. Einheit verloren. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Jetzt habe ich was, wohin damit. Wenn ich auch mal ansichtsweise was zu finden, wo... Die Partikelkanone feuert. Ja. Ich kann es immer auf die Kline. Ich kann es immer auf die Kline. Ich kann es immer auf die Kline. Frequenzsender sind bereit. Gebe Koordinaten ein. DCM-Panzer. Ein Panzer, keine Hände. An mir kommt keine Rakete vorbei. Triangulation abgeschlossen. Geräuschpegel justiert. Triangulation abgeschlossen. Hallo? 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 Geräuschpegel justiert Eigentlich musste ich das hier mit einnehmen, aber das kriege ich schlecht verteidigt Setze Navigationssysteme zurück Aktiviere Energiezufuhr Aktiviere Energiezufuhr Ich zerquetsche sie, der Lautsprecher-Turm ist ein DCM-Panzer Lautsprecher-Turm bereit Die Overloads sind einfach zu langsam ohne das Upgrade Geräuschpegel justiert EW-Koordinaten ein Warnung Partikelkanone aktiviert Schieß doch mit einer Partikelkanone Einheit verloren Frequenzsender sind bereit Setze Navigationssysteme zurück Geräuschpegel justiert Aktiviere Energiezufuhr Ja, ich glaub das ist Bringen Sie die Sache zu Ende, General Vernichten Sie die IBG, um die Welt zu befrieden Ich glaub das ist eine Partikelkanone gegen die man so oder so nichts machen kann Hm, jetzt hab ich auf jeden Fall ein Geldproblem An mir kommt keine Rakete vorbei Unsere Atomrakete ist bereit, General Frequenzsender sind bereit Setze Navigationssysteme zurück Glückwunsch, General Sie wurden befördert Einheit verloren General Wenn wir die Kommandozentrale der WA zerstören, hat die IBG keine Luftunterstützung mehr Hm Das war super effektiv Wir werden im Wohlstand leben Ich kann alles lablen Wir haben große Pläne Gute Entscheidung Was brauchen Sie Hm Alles klar Die Volksarmee Hau bei der Atomaketen auf die Partikelkanone Hallo, äh Yukiya Hm Sehr gerne Das ist auf jeden Fall ne gute Idee Ach da ist, da steht sie Das war ja mein Problem die ganze Zeit Ich wusste nicht wo sie steht Weil sie nicht aufgedeckt wurde Da ist sie Na dann, äh Sind wir jetzt wieder drin Ich hab die Ich hab die nämlich nicht gefunden Normalerweise Kennt man's ja, dass äh Der Bereich um die Partikelkanone aufgedeckt ist Das war hier nicht der Fall Na gut, dass wir nochmal geguckt haben Ein bisschen Geld geklaut vom Gegner Na gut, dass wir nochmal geguckt haben Okay, dann können wir jetzt wieder neu aufbauen Wir werden im Wohlstand leben Was brauchen Sie Jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen Geld machen Hm Wo soll das Zeug gehen Ich hab ich nämlich vorher nicht gefunden Na gucken wir mal Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen auf Wind, äh kriegen Ja Es gibt immer einen Weg rein Aber den Kabel bereit Bin unterwegs Kein System ist von mir sicher Hm Hm, dann hab ich auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Hoffnung Müssen wir erstmal wieder uns finanziell akklimatisieren Hm Hm Wir liefern jetzt aus Hm, siehe wirtschaftlich Wo ist das nächste Depot? Die werden da wohl nicht lange pendeln können, aber Hm Der Nachschub ist von mir sicher Ich kann alles lahmlegen Ich bin gleich da General, der Feind hat Einheiten in unseren Stützpunkt eingeschlossen Was haben Sie nicht? Verstärken Sie die Abwehrstellungen Wer sind Sie denn? Von hier sehen Sie so klein aus 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 Mhm Hm 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 Ja, da kommt Geld Das Geld liegt auf der Straße Hm Sind meine zwei Infanteristen da Warten auf Befehle von mir sicher Sofort Warnung Skat Sturm geortet Hm Jetzt geht das wieder los Wo? Oh nein Wo sei der stehen? Kein System ist von mir sicher Kein System ist von mir sicher Heleks klar zum Gefecht Er kann sich bereit Ich bin gleich da Anweisungen erhalten Viel mehr Vielen Dank der hier rein fliegt, das wird unangenehm. Ich brauche irgendwas, damit ich rausfinde, wo der sich befindet. Genau, aber es wird mir nicht angezeigt. Genau. Es wird mir hier leider nicht angezeigt. Das war das Problem mit der Partikelkanone. Ist halt Kampagne. Ich weiß halt nicht, ob das mit Absicht so ein bisschen so gemacht ist oder nicht. Keine Ahnung. Wenn der irgendwo, egal wo der reinfeuert, das wird richtig wehtun. Ich kann es nicht erinnern. Ich könnte zwar punktuell ein bisschen was aufdecken auf der Karte, aber dass das halt alles auch ein Witzrechter aufdecken würde. Was steht denn hier alles? Okay. Ja, irgendwie so. Mal gucken. Heleys zum Scouten. Könnte man probieren. Könnte man auf jeden Fall probieren. Wow. Wo sind meine Oberlo... Wie? Ihr wollt mir jetzt sagen, meine Oberloads sind tot, weil hier gerade ein Zug durch... Nee. Einheit verloren. Nechst. Nächster Halt, Front. Zu größer als Panzer. Was? So. Ich will eigentlich nur aufklären, wo steht das blöde Ding? Oder steht das noch weiter hier hinten? Das kann ich sonst wo stehen. Nee. Nee. Oh. Ich hab das wirklich nach ganz hinten gepackt. Da. Okay. Oh. Wir sind... Pfff. Das ist hier hinterste Ecke hier. Glück gehabt. Wo haben wir denn das Geld auf einmal? Ich habe irgendwas verpasst. Einheit verloren. Ja. Aua. Unsere Atomraketen... werden das hier regeln. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Leider nicht kaputt genug. Ich hoffe, dass der Bomber da noch durchkommt. Aber vermutlich nicht bei der ganzen Stinger-Ausstellung. Ah. Er läuft. Wir haben jede Menge Plastik. Einheit verloren. Wir sind die Rote Garde. Elende Bastard. Na. Das war knapp. Einheit verloren. Das geht nicht auf der Straße. Gibt's doch Blutstoffe? Hm. Abminkabel bereit. Stillgestanden. Verteidiger des Friedens. Wir sind die Rote Garde. Verteidiger des Friedens. Ach. Da. Macht den weg. Macht den weg. Macht den weg. Oh. Geh doch. Stillgestanden. Für unser Land. Ja, Sir. Warte auf Befehle. Alles klar. Ein paar Drohnen, damit die sich operieren können. Ja, Sir. X-X-L-Geschütze ist bei Firm. X-X-L. Ziele-Systeme sind online. Zielerfassungssystem bereit. Komme ein System ist von mir sicher. Avenger sind super nice. Haben wir das Ding eigentlich komplett kaputt gekriegt? Nein, haben wir nicht. Große Pläne. Gern ein Geschütze bereit. Short kann ich nicht bauen. Ich bin jetzt dran, müssen wir am Struggeln, was wir machen. Ob wir uns hier einfach neu aufbauen. Weil die Geld, Kommandozentrale, ein Haufen cooler Fahrzeuge. Fahrzeuge. Das stimmt, Juppian. Was soll ich, Herr Kinnacken, dass ihr Geld weg ist? Chinas Panzer-Division. Hm. Poliert und bereit. Eins von mir sicher. Bin unterwegs. Gertling-Geschütze bereit. Sind unterwegs. Bin unterwegs. Ich habe jede Menge Munition. Hm. Da ist sogar ein Doser dabei. Das ist natürlich cool. Ist von mir sicher. Sehen wir mal nach. Die Volksarmee. Wir sind die Rote Garde. Waren wir unsere Jungs von die Frieren. Chinas gepanzerter Transporter. Werden wir bedroht? Da ist schon wieder der Zug. Sind unterwegs. Poliert und bereit. Allzeit bereit. Wir sind Doser. Waren wir. Skat-Sturm geortet. Ich bin beschäftigt. Ich brauche nicht meinen eigenen Doser. Jetzt rost. Jetzt werde ich. Werden wir bedroht? Paladin Panzer einsatzbereit. Werden wir bedroht? Paladin Panzer einsatzbereit. Jetzt rost. der feind hat einheiten in unseren stützpunkt eingeschleust verstärken sie die abwehrstellung ach schon das passt schon batterien aufgeladen was soll ich hacken system ist von mir sicher wir wollen flechten erfährt hinpassen was gibt es zu tun das wollte ich nicht zurück zum spiel für china wir klauen geld 1000 transporte einsatzbereit für unser laden wir begrüßen auf verlassen sie sich auf mich chinas gepanzerter transporter einheit verloren alles klar zielsysteme sind online so ein patroon damit die fahrzeuge repariert haben es steht so nah dran und weg von den schienen ok alles klar systeme online alles klar klären wir erst mal vorher so unsere atomrakete ist bereit general jup damit sorgen wir mit der atomrakete sorgen wir für dass der scott stürmer uns nicht noch auf den sack geht wir knallen das mal wir haben eine atomrakete gestartet und dann noch arti ja cool damit haben wir uns glaube ich gerade sogar eine atomrakete gespart das ding ist komplett zerstört jetzt machen wir einfach was für ein bisschen genug tun ja wir haben eine atomrakete gestartet nice das stimmt tatsächlich ja das recht da kann man jetzt müssen was machen auf jeden fall mit dem dozer wenn wir den jetzt nicht komplett wasten und das potenzial ist auf jeden fall dafür da für das komplett wasten aber mit allein schon mit dem äh ok da ist noch so ein turm da ist noch so ein turm da kriegen wir auch so platt am besten ohne den dozer durch keimt ich sehe uns hier schon auf den schienen stehen dann kommt der blöde zug wir machen das entspannt hat er weitere befehle haben wir schon ab im upgrade nein ich sehe uns hier noch nicht ein sehr guter plan neues bau projekt das sind wir trotzdem schon bei einheit verloren Timing kann ich Oder hat der da drauf geschossen? Doch hat er Don't waste the dozer Er schießt da immer noch Immer und immer wieder Der Zug An sich aber cool gemacht Wie ich finde mit dem Zug Warnung, Skat-Sturm geortet Echt jetzt? Warte auf Koordinaten Flugsysteme aktiviert Einheit verloren Nicht den Bunker bretten Nicht den Bunker bretten Er brettert den Bunker Einheit verloren Werden wir bedroht? Chinas Luftwaffe Der Luftraum ist sauber Maschine startklar Systeme online Maschine startklar Chinas Luftwaffe Mensch China war sehr großzügig Ah ja Ach die sind das Problem Kann nur die Gatling Regeln Unsere Atomrakete ist bereit General Warte mal ob es die nächste Atomrakete ready ist Sonst noch was? Einheit verloren Werden wir bedroht? Ich verstehe gar nicht warum ich die Einheit verloren habe Oh Oder haben soll Was gibt's zu tun? Ihre Befehle, Sir Mutter Untergrund Poliert und bereit Ihre Befehle, Roger Ja, Sir Ihre Befehle, Sir Roger General, der Feind hat Einheiten in unseren Stützpunkt eingeschlossen Verstärken Sie die Abwehrstellung Naja, wir haben auf jeden Fall das man hoffen Kohle Emissions wird der Stabil Unserer Atomrakete ist bereit General Das sollten wir auch nicht vergessen Wir haben eine Atomrakete gestartet Alles klar So wir cappen Hier was für Geld Hier was für Panzer Hier für Geld Und Hier für Geld So Dann können wir Nice Das ist wieder durch das Thema Dann können wir noch mal Geld klauen Zack Minus 1000 Zielerfassungssystem bereit China war sehr großzügig China wird wachsen Gebäude aus Wir verteidigen Chinas Luftraum Das Gebäude gehört uns Was braucht Ausarbeiten Wir haben uns genommen General Was braucht Das Gebäude gehört uns Das Gebäude gehört uns Das Gebäude nach oben Das Gebäude nach oben Das Gebäude nach oben Frequenzsender sind bereit Ausmaus Einsatz Einsatz So was sieht ganz gut aus auf die 1 2 meter kommt es noch nicht drauf an vernünftig noch ein wenig geld mit dazu damit sollte das fein sein so holen wir uns das krankenhaus na wie läuft sie den gereinigten lünen rohren ziemlich gut actually unsere atomrakete ist bereit generalen ziemlich gut sogar so das wird er wahrscheinlich wieder aufbauen ohne probleme wir haben eine atomrakete gestartet einfach für sie wissen immer natürlich wirchen upgrade verfügbar Die Leute im Turm haben es überlebt. Okay. Gib mir diesen einen Pixel. Komm schon. Nicht, dass wir drüben bauen, wird da der Dozer platt gemacht beim rüberfahren. Das weiß ich doch jetzt schon. Da kann ich nichts bauen, Sir. Tut mir leid, das geht nicht. Das geht nicht. Immer bereit. Ab jetzt übernehmen wir. Neues Bauprojekt? Schuchen wir einen besseren Platz. Das geht nicht. Tut mir leid, das geht nicht. Schuchen wir einen besseren Platz. Ich habe da nämlich eine Idee mit Aurora-Bomben. Wir haben nämlich das Problem, dass der einen Scud-Sturm jetzt vor unseren Atom-Maketen fertig wird. Ich gehe an die Arbeit. Das ist nicht so cool. Hört sich gut an. Klar und deutlich. Hm. Emissionswerte stabil. Geräuschpegel Justine. Gärtling, Panzer einsatzbereit. Es wird Zeit. So muss ich meine Caffeemaschine fördern. Mach das mal, mach das mal, Kette an. Eine wird vorher fertig, das stimmt. Ach süß, mit dem Arti-Schlag würde das sogar reichen. Stimmt, der Arti-Schlag, der hat ja gecarried, ja. Ich kann nicht lang so ein Flugfeld bauen, dann bleibt es halt. Ja, mit der Arti und einer Atom-Archete kriegen wir das sogar zerstört, tatsächlich. Das sollte funktionieren. Ich habe ja auch eine ganze Menge noch gar nicht aufgedeckt, wir wissen noch gar nicht, was uns da erwartet. Die Atom-Archete ist bereit, General. Aber, furcht, dass ich vergesse. Wir haben eine Atom-Archete gestartet. General, der Feind hat Einheiten in unseren Stützpunkt eingeschlossen. Verstärken Sie die Abwehrstellung. Hm, da. Da ist das ein Abheilm der eigenen Jets natürlich manchmal gar nicht mal so. Nice. Wo bleibt die Arti? Chinas Panzerdivision. Da kommt die Arti. Nice. So. Und oh. Emissionswert der Stabilen. Aktiviere Energiezufuhr. Triangulation abgeschlossen. Die werden sich fragen, was passiert ist. Deaktiviere Feindsysteme. Die werden sich fragen, was passiert ist. Gehe die Koordinaten ab. Geräuschpegel Justine. Störe Ihre Kommunikationswege. Deaktiviere Feindsysteme. Nicht zu nah ans Feuer ran. Minium. Geräuschpegel Justine. Das ist nicht gut. Oh, Tarnkappenbomba. Triangulation abgeschlossen. E-B-Koordinaten ab. Aktiviere Energiezufuhr. Triangulation abgeschlossen. Der Tarnkappenbomba ist zwar getarnt, aber ist in Hangar so. Deaktiviere Feindsysteme. Deaktiviere Ziele. Störe Ihre Kommunikationswege. Ach, oder war die ganze Zeit in der Luft. Ah, das kann auch schon los sein. Ich weiß gar nicht, ob der. Das wird wahrscheinlich eher gewesen sein. Setze Navigationssysteme zurück. Der war in der Luft. Aktiviere Energiezufuhr. Ihr Räuschpegel justiert. Triangulation abgeschlossen. Aktiviere Energiezufuhr. Setze Navigationssysteme zurück. Störe Ihre Frequenzen. Die werden sich fragen, was passiert ist. Störe Ihre Kommunikationswege. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Deaktiviere Fallsysteme. Oh, nichts mehr ran. Einige Energiezufuhr. Störe Ihre Frequenzen. Das war's. Die WA-Basis hat keinen Strom mehr. Legen wir sie in Schutz und Asche. Das machen wir. Ich glaube, mir wird so ein Upgrade bei den Panzern. ECM-Panzer. Störe Ihre Kommunikationswege. Störe Ihre Kommunikationswege. Deaktiviere Feindsysteme. Dann räumen wir hier mal auf. Koordinaten ein. Triangulation abgeschlossen. Triangulation abgeschlossen. Störe Ihre Kommunikationswege. Einheit verloren. Deaktiviere Feindsysteme. Ich will gar nicht wissen, wie viele von meinen eigenen Panzern ich durch das Feuer verloren habe. Störe Ihre Verkehrsse. Nice, das sieht doch... Gar nicht mal so schlecht aus. Störe Ihre Kommunikationswege. Da habe ich nichts, doch. Ich habe noch Gedanke dabei. E-B Koordinaten ein. Geil. Nein. Als ob die Panzer schreiend ist, hätte ich da nicht begonnen. Ich habe es nicht in Ordnung. Deaktiviere Feindsysteme. Störe Ihre Frequenz. Deaktiviere Feindsysteme. Setze Navigationssysteme zurück. Einheit verloren. Frequenzsender sind bereit. Ich glaube meine Fahrzeuge blockieren sich jetzt selber ein bisschen, aber es ist nicht schlimm, das können wir auch gehen. Deaktiviere Feindsystem. Deaktiviere Ziel. Einheit verloren. Störe ihre Frequenz. Sie werden sich fragen, was passiert ist. Deaktiviere Feindsysteme. Störe ihre Kommunikationswege. Gute Arbeit, General. Sie haben den WA-Stützpunkt neutralisiert. Zerstören Sie jetzt die Basis der IBG. Das machen wir. Ich habe Hunger. Nach der Runde, ich weiß nicht, ob das hier zur Mission ist. Das könnte probably sein, ne? Bin mir nicht sicher, oder? Aber... Ich muss mal kurz was aufklären hier. Ich brauche mal ein paar Mixes, dass es hier auch so dunkel ist. Äh, ja, ja, ich weiß, dass ich jetzt zur Verfügung habe, Riker. Alles gut. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Gatling Geschütz bereit. Aktuell gibt es da keine Bedrohung, die einsetzen zu müssen. Vielleicht öffnen wir uns gleich noch eine Tür damit irgendwie, aber... Neues Ziel bestätigt. Was hier alles an Fahrzeugen steht. Schon cool gemacht, ja. Ne, ne, alles gut. Ich habe da hier nicht die ganzen Panzer gebaut. Die haben keinen Platz. Der kommt nicht aus der Werkstatt raus. Ja, das war's da. Boah, ist... Ähm... So, werde ich den Eingang nehmen, Mann. Ist egal, wir machen uns einfach einen Eingang. Ich habe die doch nicht alle gebaut und jetzt mit vier Atomaketen, weißt du? Dann wäre es ja auch ein bisschen... Ich will ja ein paar Einheiten feeden noch so ein bisschen, ja. Er wäre jetzt hier natürlich noch ein Avenger vorne mit reinzuschieben in die Truppen, aber... Was wird das hier, wenn ich... Der eine Battlemaster stinkert. Was ist los mit der? Stau! Einheit verloren. General, der feindliche Stützpunkt ist am anderen Ufer dieses Flusses. Wenn wir unsere Einheiten an den Brücken postieren, sitzen diese IBG-Hunde in der Falle. Für unser Land. Ich schließe auf. Steh, FN. Oh, was war denn das? Oh, bestimmt eine Mina oder so ein Kram. Ich schließe auf. Ja, Sir. Wo brauchen Sie mich? Stau. Suchen wir die Panzer. Die werden sich wundern. Wir müssen Geduld haben. Die sind schon echt nice, die Geschützer. Frequenzsender sind bereit, ECM-Panzer, Geräuschpegel justiert, setze Navigationssysteme zurück. Oh nein. Leider kein Horchposten dabei. Wir sind bestellweise versteckte Minen. Aber, wenn wir die IBG besiegt und den Kontinent aus ihrem Würgegriff befreit haben, können wir die Früchte unserer Arbeit ernten. Setze Navigationssysteme zurück. Was wir jetzt mal machen? Ja, so die mittlere Reihe. Wir haben eine Atomreiche. General, der Feind hat Einheiten in unseren Stützpunkt eingeschlossen. Verstärken Sie die Abwehrstellung. Jetzt sind wir ja am Eingrott. Mal so ein bisschen teilen lassen, ja. Was ist denn hier? Stau? Warte auf Koordinaten. Und dort können wir feuern. Wir bringen Geschenke. Wir müssen Geduld haben. Einheit verloren. Ach, er hat irgendwo einen Scharfschutz. Beautiful. Oh, Skatstürmer. Gefährlich. Oh, so viele gleich. Oh, oh. Aber super. Ich finde das super schick gemacht. So. Mit den Sansa-Gestellungen und so. Dass die von da oben runter schießen und so finde ich richtig gut. Wie viel? Okay. Ich zeige Menschen sehen. Wohin du gehst? Chinas Luftwaffe. Einheit verloren. Wenn ihr stehen bleibt, ist das vielleicht nicht ganz so gut. Oh man. Hier, der eine Erwünscher ist auch dafür, dass die hier so lange leben. Was das ausmacht. Ein Erwünscher hätte ja auch so viel Schaden verhindert. Einheit verloren. Einheit verloren. Ach, die Overlords sind schon cool. Wo ich jetzt langsam... Ey, ich bin ein Fahrzeug gestohlen. Gestohlen? Tomohopper noch. Ah, wo steht dieser Skatsch? Da. Stufe 3. Er hat richtig gelevelt. Ach, den Platz. Ach, den Platz. Danke. Falls es nicht reichen sollte. Hm. Hm. Okay, nice. Guck mal, nur Zentralus zerstört. Oh, ich glaube, das war's. GG. Nice. Millionen glücklicher Menschen haben heute den siegreichen Truppen des Asiatischen Paktes zugejubelt. Die überlebenden IBG-Führer werden in Kürze vor Gericht gestellt. Nun, da die WA in ihre Schranken gewiesen wurde, blickt die Welt auf die Stärke des Asiatischen Paktes. Morgen eröffnet unser Präsident das erste Treffen der Eurasischen Einheitspartei. Ein großer Tag. Für uns alle. GG. GG. GG.